Ja, von Berlin-Buch habe ich schon mal was gehört, aber ich war noch nie da. Auf jeden Fall am Ende von Berlin, tief im Osten, nichts los. Soll er heißen? Buch? Ne, kenne ich nicht. Ja, es ist außerhalb des Autobahnrings. Man denkt immer, es ist außerhalb von Berlin, aber die gehört noch zu Berlin. Und ja, hauptsächlich sind viele Krankenhäuser schon seit ewigen Zeiten, auch zu DDR-Zeiten. Und sonst ist eben der Landbezirk von Berlin. Mehr ist da nicht. Berlin-Buch. Ja, sag mir was, das ist irgendwo am Ende der braunen S-Bahn-Linie. Ich kenne den Bezirk Berlin-Buch nicht. Berlin-Buch, habe ich noch nie gehört. I don't know what Berlin-Buch could be or what you see for this land. Berlin-Buch nicht. Dring, 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 dring Who's that, who's that on the door? Dring, 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 dring Your sister and many more Dring, 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 dring Who's that, who's that on the door? Dring, 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 dring Your sister and many more Dring, 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 dring Who's that, who's that on the door? Dring, 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 dring Your sister and many more Dring, 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 dring Who's that, who's that on the door? Dring, 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 dring Your sister and many more Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Arbeiten Sie schon lange in Buch hier? Seit zwei Jahren. Wohnen Sie auch hier? Nein. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Rhein-Kendorf. Ah, warum haben Sie Ihren Obststand in Buch? Hier ist ein schöner Platz. Und würden Sie irgendwas verändern an Buch, an dem Zentrum? Also im Moment nicht. Ist alles gut, so wie es ist? Okay. Wohnen Sie in Berlin Buch? Ja. Wo wohnen Sie hier? In der Walter Friedenstraße. Wo wohnen Sie in einem Familienhaus oder in einer Platte? Das ist im Plattenbau. Fünf Etagen. Fühlen Sie sich wohl da? Ja. Sind jetzt 32 Jahre. Ah, okay. Das heißt, Sie müssten sich ja wohlfühlen. Ja. Was finden Sie besonders schön am Bezirk Buch? Am Buch selbst, an dem Wohnort, ja. So, dass wir praktisch direkt nahe mit der Natur verbunden sind, dem Buber Park, beinahe mit Waldanschluss. Ja, also man fühlt sich freier. Ja, also man fühlt sich ja wohlfühlen. 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 Bis zum nächsten Mal.